Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Metro 2033. Wir sind immer noch unterwegs hier mit Bourbon. Und so wie sich das angehört hat, sind wir momentan... Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... ...in der Nähe von Banditen. Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drehen. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen, hä? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Bewegung. Überraschung. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Dann müssen wir hier noch mal zwei höher machen. Ich glaube, da muss ich lieber mal einen runter, vorsichtshalber. So. Dann muss ich nachher beim Rennen noch mal gucken, dass ich das besser in Einklang miteinander bringe. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ach, seht mal einer an. Wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir hier eine Kalaschnikow. Oder besser bekannt, der AK-47. Was ist das? Das ist doch von Börben hier. Hm. Ich rufe mal ganz kurz, ob das die AK-47 war. Ja. Sieht fast so danach aus. Aber wir haben gar keine Munition. Fast gar keine Munition dafür. Und hier könnten wir gegen die tauschen. Ich schau mal ganz kurz. Und das ist die... An die Waffe kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich behalte die mal. Ich guck mal. Ähm. Da haben wir jetzt halt keine Shotgun mehr. Vielleicht das Licht ausmachen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen hier höllig aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Ich wechsle mal auf die Wurfmesser. Schade. Jetzt hätte ich gern Pfeil und Bogen. Dann kommt der wieder zurück hier. Ich denke immer, dass er hier so seinen Patrouillengang hat. Da ist er. Ist der da alleine? Dann können wir den vielleicht da ausschalten. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Da sollten wir besser nicht hingehen. Wenn ich jetzt wüsste, ob der noch mal hier durchkommt. Aber so wie es aussieht, wohl eher nicht. Oh, nicht ausmachen. Vielleicht finden wir hier sogar noch Wurfmesser. Ich weiß gar nicht, ob man mehr als zwei nehmen kann. Das wäre natürlich... Hüpf. Das wäre natürlich nicht schlecht. Die zwei ist ein bisschen wenig, finde ich. Okay, wir schauen uns hier erstmal alles ganz in Ruhe an. Ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, ob da vorne jemand drin sitzt. Das sieht nicht so aus. Das ist zum Heilen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Was haben wir denn da? Fallspitzen. Dynamit. Wenn wir uns ganz brachial angehen wollen. Und ein Wurfmesser. Sehr schön. Damit haben wir drei, oder? Ja. Fall verzeiher. Er hat mir jetzt zwei, wo man gezeigt ist. Deswegen... Du solltest es eigentlich nicht werfen. Du solltest es sich auswählen, aber okay. Drei Wurfmesser. Das ist ja schon mal was. Okay. Drei Wurfmesser. Das ist ja schon mal was. So. Hier ist es natürlich jetzt sehr dunkel. Ich muss dann nachher in YouTube, wenn ich es nicht vergesse, dran denken, es eventuell heller zu stellen. Hier ist auch nochmal Dynamit. Da vorne ist jemand. Und hier ist eine Sprengfalle. Ein Stolperdraht. Seht ihr den? Sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Sollten wir uns auf jeden Fall merken. Können wir hier unten, ne? Was hast du denn für ein Problem? Und der da vorne ist nicht alleine. Und der da vorne ist nicht alleine. Wenn wir den ausschalten, dann erregeln wir Aufmerksamkeit. Hier oben gibt es keine Möglichkeit. Wow. Du musst vorsichtig sein. Hä? Wohinnt der denn hin? Lass, lass, lass! Aber eine gute Übringlichkeit, den jetzt auszuschalten, ne? Der ist auf Klo, oder? Ja. Und was hat er da gemacht? Ich will es auch jetzt gar nicht genauer wissen. Ist auf jeden Fall tot. So. Einer weniger. Keiner. Da hinten ist jemand. Hier vorne sind zwei. Lass, lass, lass! Das wird nicht einfach, liebe Freunde. Das wird nicht einfach. Ach. Okay, der da vorne ist jetzt weg. Ich vermute mal, dass das der war, der da zu dieser Toilette oder was auch immer das war. Hingegangen ist. Hey! Hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Nein! Wer weiß denn? Börbe! Und? Wieder einer weniger? Wo komm ich jetzt da rein? Oh, Munition brauchen wir ganz dringend. Wir haben nämlich nicht mehr so viele. Ich wäre sehr überrascht, wenn dieser Lüge mit Trunkenteil bis morgen überlebt. Meinst du denn neue Pops foltert den Kerl? Er könnte es, aber das ist so viel Aufwand. Bestimmt schießt er den einfach in den Kopf. Gut, dass wir los sind. Jetzt drüber da. Verdammt. Was ist das? Das ist ein Maschinengewehr? Nein, eine Glocke ist das für Alarm zu schlagen, glaub ich. Was? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon weg nach. Kommt da ein Hänschen, ne? Gut. Da steht noch jemand? Was? Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Also entweder hat das jetzt gehakt, oder? Und ich finde die denn nicht. Immer noch Munition? Jetzt haben wir aber alles. Und schön hell hier. Vorne ist auch noch einer. Ist vielleicht ein bisschen weit weg für die Wurfmesser, ich weiß nicht. Ach du scheiße, da oben ist ja auch jemand. Und da geht auch einer. Oh, alter Schwede. Es gibt nur diesen einen Weg hier. Eine Leiter sehe ich hier nicht. Wie schalte ich den denn da aus? Wie schalte ich den denn da aus? Nein. Ist gut. Ich mach's nicht. Nein, Scheiße! Verdammt! Wir sollen noch mal den Sprecherpunkt laden. Das ist jetzt ehrgemäß gewesen. Aber das ist jetzt ärgerlich gewesen. Ich hatte mal von der Sprache. Aber die Stabilität ist ganz nett. Und ich habe von der Frache. Es habe ich einen Moment mal kurz, wo sind wir denn jetzt hier hat er mich denn jetzt hier was wo ist er mich denn jetzt hier runter abgelassen beziehungsweise hingesetzt ach so ja jetzt weiß ich wieder wo wir sind da oben geht einer das wird schwierig haben haben wir nicht noch hier wir haben ja nicht mehr statt wir hatten noch die eine waffe mit dem schalldämpfer das sieht mir wie ein sicherungskasten aus wieso leben die alle noch was ist denn das die sind noch normal direkt tot beim wurfmesser wahrscheinlich nur wenn sie von wenn man sie von hinten wenn ich könnte ja wie so lebt er jetzt ist eine sprengfalle also ich dachte ich glaube war der hier tun und zwar der war die wir am leben noch komisch So, gib mir meine Magazine. Hm. Na, dran vorbeischleichen wird glaube ich nicht funktionieren, oder? Doch. Hat doch funktioniert. Okay, wir sind jetzt hier irgendwie in der Küche, oder so. Was haben wir denn hier? Achso, das ist Heilung, die haben wir ja schon. Also voll. Direkt im Hinterhof der Hanse. Dann lass uns trinken. Hui. Haben die mich gesehen? Ich glaube, die haben mich gesehen. Aber irgendwie kommt keiner. Ist ja auch seltsam. Ich glaube, die Wurfgösser bringen dann jetzt auch nichts mehr. Hm, das habe ich schon öfters gehört. Okay, versuchen wir es halt etwas auf die etwas brachialere Art. Was? Wo denn? Drecksäcke. Hier. Lass ihn nicht entkommen. Ich höre hier von überall Schritte. Das ist das Problem. Habe ich noch die Gasmaske auf? Brauche ich doch gar nicht mehr. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Was? Granate! Ne, nicht Granate. Granate ist nicht gut. Mach die Augen auf, du Bastard! Entweder schießen die von oben oder... Zurechten! Oh, ich glaube, der ist tot. Shit, shit, shit. Okay. Er hat noch Munition. Er hat noch Munition. Ich glaube, der ist auch hin. Ja, kommst du? Komm, put put. Zeig dich. Ja, ja, auch hallo. Hm. Wieso sprichst du eigentlich im Plural? Bin doch hier alleine. Glas-Scherben. Glas-Scherben. Ich lasse Glas-Scherben. Hier geht's gar nicht weiter. Aber hier ist noch Munition und so. Okay, ich glaube, wir müssen hier in den großen Flur rein. Friss doch selber. Ha. Oh, shit. Oh, ich hab's nicht gesehen. Oh, ich wollte das Licht ausschießen, aber irgendwie klappt das nicht. Und wieso kann ich nicht nachladen? Ich glaube, für die Waffe haben wir wohl keine Munition mehr. Was war's jetzt? Okay, die Waffe, mit der Waffe kann man nicht zielen. Also Kim und Korn gibt's hier mit der Waffe nicht. Und da hinten ist jemand. Wow, wow, wow. Okay, licht das aus. Hm, klappt das Tod. Aber hier oben scheint noch jemand zu sein, glaube ich. Wo, 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 wo. Hm, da gehen wir mal anders vor. Oh, wo, wo, wo. Nichts, wenn ich dich vorher umbringe. Mist, kriegt der nicht erwischt da in die Ecke. Da vorne, da vorne ist nichts, wo ich in die Deckung gehen kann. Da oben auch einer. Ah. Das erklärt natürlich so einiges. Ich glaube, jetzt ist er tot. Nein, er lebt immer noch. Ich hole dich gleich. Ich hole dich. Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, ach ja. Au re안�又 kommt. Hier unten ist ein Tor, das eingreifen. Das ist dort 1991 sein Ast Touch. Mist. Ach, darum ist schon wieder einer. Ich werd verrückt. Kannst du auch mal stehen bleiben? Du weißt wohl nicht so genau, wohin soll, ne? Wir sollten auf jeden Fall erstmal oben den ausschalten. Na komm. Ah, der ist tot, okay. Ja, hier bin ich. Ich wollte gerade abdrücken. Okay, wo ist jetzt die eine Leiche hier? Ich hab doch hier irgendeinen erschossen. War wohl der da. Ich glaub hier durchtreffen die mich nicht, hoffe ich mal. Oh. Die hat aber nicht so ne Durchschlagskraft, wie ich erhofft hatte, ey. Links! Aber die sind zu weit weg, das kann natürlich auch sein. Was? Was jetzt? Was war das? Wieso hab ich Schaden genommen? Ich bring dich um! Okay, wie viel Schuss haben wir denn hiermit? Warte mal nach. Nicht grad viel. Achso, da sind Eisenstangen, jetzt seh ich das. Bist du das? Ja. Bist du das? Ja. Bist du das? auch wo ist bürben wir gehen mal hier hoch wie komme ich da an die leiche komme ich da vielleicht irgendwie rüber ne das ist viel zu weit weg da liegt auch noch ich denke wir müssen da rein leute ich gehe jetzt noch mal ganz kurz hier hoch hier war da irgendwo ne leiter oder hm auch nicht na gut gehen wir mal rein wen hast du mitgebracht bastard antworte du Mistkerl sonst erschisse ich dich ist es der Einläugige oder Hippokrit und ja wir zum Teufel was einer einbärben du kannst eine Waffe runter nehmen junger Mann ein trauriges aber nicht unerwartetes ende für einen wie ihn mein name ist k nun ich schlage vor dass wir diesen ort sofort verlassen die anderen banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres blutvergießen vermeiden ich gehe zurück zu verfluchten hier bekomme ich räume wenn du lieber das schicksal deines freundes teilen möchtest solltest du bleiben ja hatten wir eigentlich nicht vor auch der arme bürben habe gerade angefangen den zu mögen was haben wir hier noch und sonst ah ist noch Munition gewesen Teddybär ernsthaft ein Teddybär bei den Banditen naja ok eine kluge Entscheidung ah Part zu Ende Karns erscheinen überraschte mich obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte dass mir jemand half Karn versicherte mir dass Börbens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei trotzdem bedauerte ich seinen Tod hm Geister ja bin ich ja mal gespannt wo wir jetzt landen